Ne, Natururin schon wieder dran. Ich bin gerade im Burgdorf. Und wir machen gleich einen Grillabend mit Bier trinken. Und darauf erst mal ein Bier trinken. Bier-Power! Und jetzt zu diesem Platz hinlaufen, wo wir gleich Bier trinken werden und Grill und sowas machen. Ne, hier Flamme kommt und gleich hier dieses verschmierte Grillfleisch drauf tun, drauf machen. Guck mal, hier Glut kommt und gleich werden wir das hier, also das da, genau hier drauf machen. Gleich dieser Fleisch drauf machen zum Braten und danach fräsen. Dieser Fleisch, der kommt rein auf dieser, wie heißt das nochmal? Grill oder wie das heißt. Der Billige von Edeka. Das ist dieser Fleisch mit 30% Rabatt. Ähm, nee, ähm, Reduzierung heißt das. Äh, hier, guck mal, äh, Fleisch, Fleisch brennt. Und, äh, hier, weil Fleisch brennt, äh, können wir gleich fräsen. Fleisch! Jetzt erst mal hier ein bisschen Kartoffelsalat drauf machen. Gib ihm Kartoffelsalat. Ähm, hier, ähm, billig, ähm, ähm, äh, der billigste Kartoffelsalat von Edeka. Und jetzt hier so ein, so ein reduzierter Gerillfleisch drauf machen. Und jetzt hier, äh, Kuh, Kuh-Ree-Gewürz-Ketchup. Ähm, noch mehr heiß kommt und noch mehr Fleisch und Würstchen diesmal mit, ähm, Baguette oder sowas. Wir gönnen uns. Und, und, und gleich das zu gefräsen. Ui, hier, äh, noch ein Teller. Und, ähm, hier, weil hier Teller fertig ist, doch auch mal, wie heißt das doch mal? Äh, ähm. Kartoschka. Kartoschka? Kartoschka. Äh, ja, hier, Kartoschka-Salat. Ähm, äh, zum, zum Fräsen. Ähm, äh, zum Fräsen. Ich dreh durch, kann ich. Oh Mann, das wären die geilsten Szenen überhaupt. Ich dreh durch, ey. Das muss sich einer auch... Wie viel Bier hat dieser Natur-Urin schon getrunken? Weiß er noch nicht. Weiß er noch nicht? Habe ich vergessen. Warum? Wollte ich noch nicht. Ja, da zählen wir gleich erst mal nach. Ja. Äh. Ich bin runtergerollt. Boah, ey. Äh, guck mal. Äh, das hier, das ist ein Fleischtäler. Und weil das hier Fleischtäler heißt, kommt hier noch mehr Fleisch drauf. Fleisch. Zum noch mehr Fleischverbrennung machen. Mit dem billigsten Kräuterbaguett von Edeka. Das sieht aus wie eine Vollfett-Made. Aber wir haben hier fertige Fleisch drauf. Alles von der Tore. Boah, ey. Guck mal hier mit Fleisch und Würstchen dran. Jetzt ist frischen fertig. Tipps zum Fressen. Noch ein bisschen Fleisch ist drauf. Ähm, ähm, äh, zum, zum Gleisfräsen. Guck, guck mal, ey, hier ist Plastik. Und, äh, weil hier Plastik kommt, äh, hier ein Glas Stink kommt. Und, äh, hier Rauchvergiftung, ähm, wegen, äh, Stink kommt von Plastik. Äh, von diesem plastischen Stoff, dieses Plastik oder wie das heißt. Äh, deswegen Glas Stink kommt und das hier alles ist Plastik. Gleich. Na komm. Ui. Bis in die Baumkrone, Junge. Ui. Ich sag's dir. Du hast geschafft. Bis in die Baumkrone. Komm. Ne, ich bin schon wieder zu Hause. Und ich hab so einen richtig widerlichen Hardcut gemacht. Weil ich, ähm, hier an dem Abend zu besoffen war, um so einen Schluss zu sagen. So einen Schluss, äh, abzufilmen. Und, und, äh, falls euch das aufgefallen ist, ähm, an dem Tag habe ich zwei Videos gemacht. Und zwar dieses, dieses Video hier. Grillabend im Burgdorf, äh, und, äh, Bierdosenfackel-Tutorial. Und bei beiden habe ich den Schluss vergessen, weil ich zu, zu, zu angesoffen war. Weil ich viel zu viel Bier getrunken habe. Und ach ja, Julian W., vielen Dank für deinen Support. Und der hier, das war, das war voll cool, äh, Grillabend gewesen. Das, äh, muss man wiederholen. So, ähm, das wollte ich euch mitgeteilt haben. Äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin. trausend 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 Schü hedge Untertitelung des ZDF, 2020